Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Foggerhof Bergmann mit mir, der Marc, zu unserem Gemüseprojekt, wo wir aktuell noch dabei sind und wo mir gleich die eine Palette hier runterfallen wird. Aber wir werden jetzt mal gucken, dass wir das alles hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Mal schauen, ob ich wie weit ich da reinfahren kann, ob das klappt irgendwie. Perfekt. Die müssten dann eigentlich auch voll sein. Hallo? Äh, genau, Kopfsalat-Sätzlinge 76. Kopfsalat-Sätzlinge. Perfekt. Perfekt. Die sind so stapflig gebaut, deswegen kann ich das machen. Mal gucken, ob wir als nächstes haben. Ach nicht, wenn man noch Wasser und Mist hat, müssen wir noch machen. Wir haben jetzt 45 Minuten eine Aufnahmezeit heute. Gut zu tun. Kann ich nicht sagen, ach, ich will in den Fendt. Jo? Nee, kann ich jetzt nicht. Zu dick. Jedes Mal, äh. Scheiß Spannwurlösen und jedes Mal drückst du die verkehrte Taste. Zeh. Zack. Ich weiß eigentlich kackigal, wie die da drauf liegen, oder? So liegen die doch hervorragend. Ich hasse es. Ich hasse es. Ja? Aber die muss da auch noch drauf. Dann können wir weiter machen. Zack. Das könnte funktionieren. So, und das sind jetzt nicht Rotkohl, das sind die Weißkohl. Die müssen eine weiter. Ich weiß nicht genau, wo die hin müssen. Oder ist es auch Weißkohl? Weißkohl. Und das scheinen ist Weißkohl-Paletten, oder? Weißkohl, genau. Wo mischen die hin? Ah, da. Hab's gefunden. Das sind 98, 98 Stück, das passt ja auf. Achso, das heißt, eine Palette mein fällt. Oh gut, das kann man sich ja noch merken. Ach, wir müssen ja... Nicht die schöne Engelschar hat, aber klappt auch. Oh. Schauen, ob wir die da jetzt noch rauskriegen. Ja, hervorragend. Und jetzt will ich drei blaue. Und der Rest kommt gleich ins Lager. Okay. Okay. Fick dich. Und tschüss. Keine Lust mehr auf das Fahrrad. Nein. Hallo. Jetzt verarschen. Zack. Jetzt. Ab und zu funktioniert ganz gut. Ab und zu funktioniert nicht. Letztlich. Hätte er das ja wohl. Boah. Im Flug gefangen. Jetzt sind wir gut. Jetzt müssen wir eigentlich mit Wasser mal ne Runde drehen. Dann kann der nämlich schon zum Hof. Der hat mich auch noch extrem wenig Sprit. Ich hoffe, dass er das noch mitmacht. Aber ich denke... Ach, das Ding braucht halt 10.000 Liter. So ein Acker. Da geht ja richtig Sprit rein. Wir werden am Hof kurz anhalten, um Wasser zu holen. Wir haben Sprit zu holen und fahren weiter. Da geht ja richtig was rein. Hab ich ja komplett vergessen. Also das ist der Vorteil ist, wir kriegen drei komplett voll und dann müssen wir eben Wasser holen. Wann ich eigentlich schon mal den Mist abkippen? Okay. Ja, schlecht. Und schiebt. Ob die Klappeweite immer noch dazu geht. Ja, geht jetzt. Ich habe geist. Ich habe geist. Ich habe jetzt eben den... Um das wie in die Kompost hinkriegen. Ich habe noch keinen Plan, wohin. Hätten wir vielleicht die Weedbead mal durchlesen sollen. Werd ich nach der Folge, glaube ich, nochmal machen, wäre ich das jetzt gleich nicht. Bei denen hier oben. Bei denen hier oben ist das klar, wo der Scheiß hinkommt. Aber bei denen hier oben ist das irgendwie noch nicht ganz so klar geworden. Ich will das jetzt auch nicht hinkippen, weil ich keine Ahnung habe. Was braucht das denn? Ah ne, das braucht gar keinen. Ah ne, hier braucht das gar keinen. Braucht nur Rotkohl und Wasser. Gut, dann muss ich mir die Weedbead auch nicht andrücken. Nein. Ah. Ein. Zack. Oh. Dann wird der nämlich eben tanken und dann wird der direkt wieder Wasser holen. Den brauche ich oben jetzt auch nicht mehr. Das ist auch ein Gemüse oben. Da ist er noch. Guss. Na. Sag mir, wenn du da bist. Und viel Spaß. So. Das ist nicht gut gut. Ach du Scheiße. Können wir dann einzeln hier runterhandeln oder was? Alte Börste. Hört sich ein bisschen. Hoffentlich müssen wir nicht alles auf die hinten. FPS-Anbrüche? Nein, hab ich nicht. Oha, kalter Kaffee. Voll geil. Übersüßter, kalter Kaffee. Hm. Eine Delikatesse, ey. Ach, da geht aber auch genug rein. Also wir wissen jetzt, was das für eine Aufgabe ist, ein Scheiß zu machen. Ach, hinten fehlt noch eine Palette. Ist mir gerade so aufgefallen. Das ist jetzt nicht noch nicht das Problem, weil ich habe mir aktuell noch gar nichts. Hoffentlich haben wir Sprit. Was ich mir rausklauen kann. Jetzt haben wir was. Wenn wir sich kann ich direkt tanken. Hab ich mir schon gedacht. Wolle ich das jetzt erst mit dem Diesel-Tast fast da raus. Und pumpe halt mal in die Tankstelle. Ja. Ja, so viel zu tun hier ist echt. Meisterleistung. Pew Diesel. Das sollte jetzt eigentlich auch an die Tankstelle davon gehen. Das hat in der Vorrigen mehr so nicht geklappt. Das sollte dann aber auch Patch-Notes rollen lassen. Obwohl Patch-Notes sind übertrieben. Aber auch für Sons-Informationen sollte das funktionieren. Voll hin. Fakt. Wir sind ja noch in der Probierphase. Oder auch nicht. Jetzt ist das auch nicht das Problem. Ich kann mich direkt aus dem Fass tanken. Okay, man hat nie wieder raus. Tanken mal los mit dem Fass raus. So will ich auch keine Probleme mit. Boah, der ist haut. Tanken mal los. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020